Hallöchen alle zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich zeige euch heute, wie wir den Kundschafter machen. Wir brauchen nichts weiter wie ein ASL. Dort gehen wir in die Aufgaben, nehmen uns den Kundschafter. Idealerweise nicht ablehnen, sondern akzeptieren. Dann alles auf Zurück und jetzt muss ich nur noch dahin, wo ich mein Material habe, um entsprechend das zu machen. Und in dem Fall ist das hier meine Base. Und der Punkt, wo ich mich am besten hinstellen sollte, wäre hier. Da komme ich an alle Kisten dran. Handwerkerfliege akzeptieren oder aktivieren. Das Material, jawohl, stimmt, habe ich alles da. Und schon geht es los. Die Baufliege bzw. Handwerkerfliege, wie ihr die aktiviert, habe ich auch noch ein Video dazu. Wenn euch das interessiert bzw. ihr die noch nicht habt, weil so ist es wirklich am einfachsten. Ruckzuck haben wir die Aufgaben erledigt. Und so nach und nach nähern wir uns der ganzen Sache, sind schon fast da. Und wenn ihr mehr von meiner Base sehen wollt, könnt ihr das auch gerne in meinen Lives. Und da haben wir doch schon die Markierung. Da ist sie. So ist alles da. Und schmutz. Pure Wissenschaft. Einfach so geschenkt. Und für die nächsten Kundschafter-Aufträge dann einfach die Endcards benutzen. So kommt ihr weiter. Und dann könnt ihr euch das alles angucken. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.